Die erste StartNow wurde zum vollen Erfolg. Der Andrang war schon am Vormittag hier vor dem Haupteingang der Mitteldeutschen Zeitung immens. Schüler, Eltern und auch Quereinsteiger hatten hier die Gelegenheit, eine Vielzahl von Ausbildungsberufen kennenzulernen. Regionale Ausbildungs- und heimische Traditionsbetriebe und innovative Mittelständler informierten hier über ihr Angebot und gaben Einblicke in Arbeitsabläufe. Das Thema Ausbildung ist in aller Munde und wir haben uns dann als Medienhaus dazu erklärt, dem ganzen Thema auch Schuldigkeit zu tragen und haben gemeinsam mit der freundlichen Unterstützung der IHK und halt eben auch dem Haus der Jugend, wo das Jobcenter dahinter steht, gemeinsam diese Messe initiiert. Und gut eine Stunde, nachdem wir die Pforten geöffnet haben, verzeichnen wir bereits 800 Besucher. Insgesamt zählte man hier mehr als 1500 Interessenten bei dieser Ausbildungsmesse. Und ein bemerkenswert hoher Anteil interessierte sich beispielsweise für den Polizeiberuf. Hier wurden verschiedene Bereiche und Laufbahnen angeboten. Ausbildung oder Studium, Bundespolizei oder Bundeskriminalamt hier brachten die Beamten Licht ins Dunkel. Auch bei einem der größeren Arbeitgeber Deutschlands, der Bundeswehr, riss das Interesse der Jugendlichen kaum ab. Nahezu 50 verschiedene Ausbildungsberufe, ob Zivil oder Militär, wurden hier durch einen Oberleutnant vorgestellt. Mit einem sehr originellen Spruch hatte ein Unternehmen aus der internationalen Solarindustrie geworben. Hier baut man vor allem auf Verantwortungsbewusstsein, Enthusiasmus und Teamgeist. Alle reden von der Energiewende. Wir arbeiten für die Energiewende. Und ich denke, man sieht es, wenn man durch die deutschen Lande fährt. Überall sieht man die Solarpanele, sieht man die Solarmodule. Und das ist das, was wir fertigen. Was bilden Sie aus? Mechatroniker, Industriekaufmann und dann noch Lagerist. Und die jungen Menschen fragen da auch gern, was man dann verdient, oder? Da liegen wir in dem oberen mittleren Feld der Ausbildungsvergütung, wie sie so generell üblich ist. Vielleicht mal noch zu sagen, die steigt von Ausbildungsjahr zu Ausbildungsjahr und wird angepasst an die Lohnentwicklung im Unternehmen. Und sagen Sie uns noch was, hier sehen wir gerade einen jungen Mann, der ja auch an dem heißen Draht ist. Da haben wir ein paar Worte noch? Das sind unsere Auszubildenden. Auszubildenden zurzeit im dritten Lehrjahr. Und die werden diese Anlagen einmal vorstellen. Wir haben einmal den heißen Draht. Da kann man die motorischen Fähigkeiten mal testen. Wie ruhig ist meine Hand? Wie kann ich mit meinen Augen meine Hand steuern? Und die zweite Anlage ist das Modell eines Portalkranes. Hier haben wir ein Greifersystem. Und dieses Greifersystem ermöglicht dann, eine kleine Baugruppe von einem Platz zum anderen zu bewegen. Mit einem Vorteil. Man sieht diese Greifersysteme auch auf jedem Rummel. Bei uns brauchen wir keinen Euro reinstecken. Mehr als 20 Firmenberufe konnte man hier kennenlernen. Dabei wurde auch gern das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Dazu zählte wohl auch die nebengelegene Foto- und Styling-Lounge. Stylisten haben hier beraten und man erhielt im Anschluss ein professionelles Bewerbungsfoto vom Messefotografen mit auf den Weg. Schneller und besser konnte man wohl nicht beraten werden. Es war hier bei dieser großen Branchenvielfalt die Möglichkeit, viel zu erfahren. Oder man hat sich eben selbst ausprobiert. Es ist ein sehr breites Feld. Also vom klassischen Einzelhandel über die ganzen Industrieberufe, über Berufe in Uniformen, über sogenannte MINT-Berufe. Diese Berufe mit Zukunft, wie sie deklariert werden, sind alle heute hier vertreten. Wir selber als Haus natürlich auch. Wie gesagt, das Thema der Ausbildungssuche ist breit gefächert. Letztendlich hört man so oft von Fachkräftemangel. Und wir möchten einfach zum einen eine gute Plattform bieten, für die Aussteller zu zeigen, die Firmen, was sie können, was sie bieten natürlich. Aber auch die Berufsorientierung ist halt heutzutage auch nicht mehr so einfach bei der Vielzahlenauswahlmöglichkeiten. Und wann kann man schon einmal mit einer Brille in virtuelle Welten abtauchen? Am Stand der Mitteldeutschen Eisenbahn war dies möglich und die Jugendlichen erfuhren hier alles rund um eine erstklassige und vielseitige Ausbildung mit guter Zukunftsperspektive. Wir bilden den Mechatroniker aus, den Lokführer und den Fahrdienstleiter, sag ich mal. Der ist verantwortlich für das Stellen der Weichen bei uns im Werk. Also wir bilden rein nur für uns aus, also hauptsächlich für den Eigenbedarf. Beim Abschluss von zwei garantieren wir auch eine Übernahme. Und die Ausbildung zum Mechatroniker würde bei uns dreieinhalb Jahre dauern und für die anderen zwei Berufszweige jeweils drei Jahre. Schulabgänger werden also dringend gesucht. Auch am Kloisbergstand konnte man sich mal beim Bauen einer Metallbox ausprobieren, mit der Bohrmaschine fachgerecht umgehen. Konstruktionsmechaniker ist nur ein Beruf, der hier angeboten wird. Elektroniker oder Holzmechaniker werden ebenfalls gesucht. Also der große Fokus ist prinzipiell, dass wir uns dahingehend konzeptionell ausgerichtet haben, dass wir eine Mitmach- und Erlebnismesse konzipiert haben. Und es geht oft darum, dass die Auszubildenden, Suchenden, die Schüler gar nicht so genau wissen, was verbirgt sich denn eigentlich hinter dieser Berufsbezeichnung Mechatroniker oder Chemielaborant. Und da sind wir mit unseren Partnern, zusammen mit den Ausstellern, die heute vor Ort sind, ins Gespräch gegangen, haben gesagt, Mensch, ist es nicht irgendwie möglich, an jedem Stand kleine Erlebnismodule mit anzubieten, damit man so einen gewissen Einblick in die eigentliche Berufswelt auch erfährt und dann für sich entscheiden kann, ist das etwas für mich oder ist das eben etwas nicht. Wissbegierig waren die Jugendlichen an den verschiedensten Ständen schon. Die Eltern natürlich immer unterstützend mit dabei. Dieser Rundgang hat den jungen Leuten viel Wissenswertes eingebracht und sie konnten hier auch ihre Bewerbungsunterlagen durchchecken lassen. Außerdem erhielt man noch Tipps für das Schreiben der nächsten Bewerbungen. Also nach diesem Besuch können die Schüler wohl den kommenden Schritt in Richtung Ausbildung nun auch ganz gut selbst planen.